Hallo, das ist Jérôme Asnisto, Moje, Kaitlin, da guck mich mal, ob es geht, ich sehne mich selber, heyre mich, hehehe, 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 ich sehne mich selber, heyre mich, hehehe, 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 hey, hehehe, 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 fegh, eh, cinkte Juli haut, 2020, Freude, ein Minut abonnieren, top pünktisch, was will der me? ja, Kaitlin? Was für ein Satzfrängem Land könntest du? Katja ist du. Moje Giselle. Da hat er es lebt, dass er mich nicht vergisst wird. Sarah. Moje Jérôme, ja. Oder Mojen. Oh nie. Äh, Jérôme. Bon, da fängt man hin. Da machen wir das Logo mal. So. Und wo sie mich halt. Was ist dir da auf der Foto? BW stand. Was ist dir? High, an High, an Doh, 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 an Doh. Was ist dir da? Du, an der Foto. Wann schreibt. Moje Roberto. Kein' die netbe seht? Uhuuhu. Nee. Häiert er mich nicht. Doch. Die häiert mich. Ich hoffe. Ich freue mich noch nicht, dass ein Problem muss mit der Technik. Heya, der Mösch. Äh, ah, voilà. Michelle, erst da te finde. Nee, da das nicht. Boah. Katja. Wow, das ist ja unmöglich. Wie ist sie da fertig, Brot? Ähm. Giselle schreibt, ich gieße Flieger. Ja, wie hast du Pluriel für Flieger? E Flieger? Drei? Äh. Tü, tü, tü. Drei Fliegerin. Ja, ich gieße drei Fliegerin. Ich gieße viel Fliegerin. Ich gieße viel Fliegerin. Ich gieße viel Fliegerin. Ich muss ja ohne extra steuern. Den Alexandre, äh, fred, bastu zu Paris? Nee, ich sehne zu Paris. An. De, äh. Ich fucke nunme, ich fette Katja. Wie nennt den dat? Brillant. Katja hat direkt geschrieben. Zu Vancouver. Also, respect. Da, das nicht noch mal. Da, das nicht noch mal. Warst du schon ein keer do, Katja? Op dem Fliegeraffen? Warst du schon ein keer zu Vancouver? Wo leid? Wo leid? Auf wat vrengem Land leid Vancouver? Moje lach soll. Ja. Kein den Apps will so, ähm. War schon ein keer in anderer Furnier. Vielleicht, äh, zu Vancouver. Das war schon, ja. Nid für Katja. Katja. Nur eine Sekunde. Nur eine Sekunde. Zack. Wo ist dat direkt? Ah! Dat aus Vancouver. Ähm. Katja schreibt. Ja, dat is Kanada. Lach soll, äh, Fredoch. Wie weißt du dat, Katja? Verroda ist dein Trick. Ich war Familie do. Michelle, ich war Freya do. Ja, dat is tatsächlich Vancouver. Was soll ich so, äh, störe ich den Fluchhafen. Da brauchen sie bestimmt super lang. Men ich wusste dat, ich wusste net, dat Katja, äh, Familie zu Vancouver. Gut. Ja. Oder hat. Boah, da gucken wir, als un, äh, wat, äh, am Wikipedia. Ja, da, so, äh, steht. Zu Vancouver. Iver Vancouver. Weil, iver de Fluchhafen steht lo neischt. Äh, am Litsubäische Wikipedia. So. Vancouver. Skyline. Fun. Das ist ein Fehler. Hat schon mit mir wehner. I'm that shit. Fun Vancouver am Hannahgrund. North Shore Mountains. Super. Vancouver. Es ist ein Staat am Südwesten von Britisch Kolumbia und der Westküste von Kanada. Sie leitet sich das Strasse von Georgia an der Coast Mountains. Ein 45 Kilometer nordwestlich von der Grenze mit den USA. Die Stadt gehöre zum Regionaldistrikt Metro Vancouver, die mit, äh, 2,25 Millionen Abwohner, 2007, die drittgrößte Metropolregion von Kanada aus. Die Stadt Vancouver selber holt da 611.869 Stand 2007. Die Stadt, das nun George Vancouver genannt ging, As, gen, Aide, nume, As genannt ging, den Griechen am 18. Jahrhundert exploriert, a kartografiert wird. Also, dat weiß ich nicht. Sie ist an der 60er Juren und Sterne, an den 18. 60er Juren. Er nutzt sich, nur dem Teisebund, und ich 1887 bis dahin durchgebaut war, dann haben wir ein paar Jahrzehnten zu einer Metropole entwickelt. Also das ist besonders wichtig. Mein Eugenia schreibt, ich bin da, ich leuchte dich noch. Tip-tap, Eugenia. Giselle schreibt, ich war zu Vancouver, ein ganz schönes Stadt. Wow, Giselle. De Plan scheint wie ein Mensch. Zwei Beinen, zwei Arm, ein Körper, ganz schön. Wow, das war mir nicht opgefallen. Effektiv. Hier ist die Kap, dann ein Arm, ein Arm, der Körper, ein Bein, ein anderer Bein. Super, Alexander. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber effektiv, das tut mir schon nicht so gesehen. Boah, wo waren wir stehen bleiben? Die Ökonomie wird schon am Anfang, ob die natürliche Ressourcen basiert, die in Britisch-Kolumbien exploiteriert gekauft haben. Forstwirtschaft, Bier-Sperr, das war unser am Boden grob. Fischerei, ja, mit der Fisch, eine Landwirtschaft, den, wie geht das denn? Für was hat sie da unten ab? Ja. Den Hafe für Vancouver hat die Bedeutung gewonnen, nachdem der Panama-Kanal abgegangen ist. Panama-Kanal, ja, hatten wir ja auch gestern am Geo-Quiz, an wie viele Tausend Schiffe pro Tag fuhren durch den Panama-Kanal, oder Projua, ich weiß nicht mehr. Und das hat die größte für Kanada an einem Volumen die größte Exporthafe von Nordamerika. Also nicht nur Flughafen, sondern auch ein Hafen für Schiffe. An den letzten Jahrzehnten hört Vancouver sich immer mehr auf Services an Tourismus spezialisiert, auch als Produktionsplatz für Filme spielt das eine wichtige Rolle. Spielt es? Spielt der Staat eine wichtige Rolle? Sarah, Ökonomie oder Ökonomie? Ich gehe mit mit K schreiben. Ich fand nur nicht mehr Ökonomie. Ah ja, du streifst die Ökonomie. Können wir mal gucken. Ökonomie. Ökonomie. man hat keinen. An Eko man hat C. Nein, ist nicht dran. Boah. vom 12. bis den 28. Februar 2010 waren zu Vancouver die 21. Olympische Wunterspieler. war. Für ein Senior. Acht Stunden für durch den Panama-Kanal zu gehen. Gehe geschütze. Michael schreibt, ich war zu Vancouver für vier Jahre. Ein großer Teil von der Stadt ist chinesisch. Also, Chinatown. Boah. Boah, dann nur da hier nach Linken, hier. Von da alles am Lützbüchern Wikipedia. Ich setze nächste Link hier an der Video-Check. der Megastar Liam ist da. Moje Liam. Hi, was für die Foto. Liam, weißt du auch, dass er da Vancouver ist? Weißt du das? Also, ich hätte das niemand gewusst. Katja weißt das direkt. Er ist schon live hier aufgeholt. Natürlich, der könnte nur gucken. Respekt, Katja. Ja, und dann, und ich schaue nach, ja, das ist am englischen Wikipedia, das lesen wir auch nicht für mit Vancouver International Airport. Ah, na, voilà. It is the second busiest airport in Kanada by aircraft movements. 306.000 and passengers. 25,9 Millionen behind Toronto. Also, Toronto wird nach me fliegeren, die do landen an ihrem Fort fliehen. Me Vancouver as immense believed. And then, it is often described as a Trans-Pacific hub with more direct flights to China than any airport in North America or Europe. Hey, Michel, du hast recht. Vancouver muss es irgendeine spezielle Connection mit China haben. Ich lese nicht alles für, ich wollte echt weisen. Nach Geschichte und so weiter. da ist ein Domestic Check-in. Ja, früher sind Leute mit Flieger geflogen für Corona Corona meine Problem heute zu Lütze Busch war das also Problem war das also Problem Lütze Busch gilt als Risikoland Voilà so sehr kann it go an top flop Wenn ich will in Kanada reisen ich weiß nicht ob das geht I don't even know if I can travel anymore as if I want Katja du hast schon ganz viele Projekte du wolltest Portugal fliegen Griechenland Polen mit Autofueren Was ist du Lütze Busch gilt als Risikoland Sollen wir den Artikel dann direkt machen Also ganz rezent Jean Osselborn hat das als Außenminister Minister des Affaires Etrangères hat mir Viren Eis gegent se Defendre Ich n'est pas d'accord Let's beschläge als Risikoland You gotta fight for your right Beastie Boys Mir wäre nice der Gehen Feier und feier für jetzt Kommentar Vielleicht die reagieren Boah als Copyright Grund weiß nicht erst die Klippel oder nicht Boah hast nach die gelang schon noch nicht geguckt Das ist schrecklich lang Oh no das ist so lang Komme meiner besahre nicht Das ist zu viel Text Machen wir nur von Schüs Okay Deinemark Baltisch Länder Hallo auch Norwegen immer mehr Länder schwarzen Restriktionen aus für Tahrräsen aus Lützebüsch schwarzen schwarzen aus Lützebüsch so they say Dangerous Dangerous sie versteht sie nicht Lützebüsch alles für Tester mischt ja dann musst du mir dann erklären Die pläkischen Zölen, die Naked Numbers, die Chiffre Nü, das ist falsch. You cannot just concentrate on the Naked Numbers. Mir wäre nice to gain, sollte Jean Asselborn. Ich müsste den Litzbeuer Zölen an den Kontext setzen, weil als Zölen einfach so heig sind, weil wir so viel testen. Das Problem hat auch Donald Trump. Weil sie in Amerika immens viel getestet haben und dafür waren sie so ganz heig. Und da hat eine Journalistin Donald Trump etwas gefragt, ob es wichtig wäre, so viel zu testen oder irgendwie so etwas. Und Donald Trump hat gesagt, ask China, ask China. Ask China. Das ist schon wie lange hier. Wir sehen uns dann das Problem heute zu Lützebüch. Wir testen viel, also sehen wir auch mehr Resultate. Lützebüch wird das Problem mit Corona nicht besser. Nein, Michel. Nein. Dem Lützebücher Äußerminister Nü, Nü, ist es selten, according to. Wir sind falsch. Eins für etwas zu treffen, was du sich all Land misst machen, an das wir testen. Wir werden getestet. Wir werden getestet, weil wir testen. Other countries should do that too. Lesothropie devre versauce. Wir machen 9.850 Tests an enger Woche und 100.000 Aufwohner. Am europäischen Vergleich leicht du mal der auf Platz 2 mit 1300 Tests an dann ein Snopeschlender, die bei 500 bis 600 Tests an 100.000 Leute an enger Woche hat. Das ist mein Mann. Wie viel ist das? Siebenmal mehr. Siebenmal mehr Tests, wie zu Malta. Wie ab Malta. Das ist, wenn in Zölle gehen, du es plästisch gucken, dann hast du eine Probleme. Du verwirrst eben so wichtig, sie an den Kontext zu setzen. Weiter müsst ihr noch Zölle von den Spädern gucken. Jean Asselbaum betont, dass die Regierung auch, was dir richtig weh geht, an dem sie so viele Tests an. Ja, ein % wird nicht groß. Was sind meine Tests? 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 Boah. De Moment, es geht noch nicht, dass kein Land uns ist, dass die Grenzen sollen so gemacht werden. Also, für den Moment, kein Land uns ist, dass die Grenzen von Luxemburg ist. Nobody seems to close the borders for Luxemburg. Es ging rumhören und zirkulieren mit der Belgisch, aber aktuell ging es kein Unsicher gehen. Vielleicht ist die Belgische, was vermehrt die Frontier. Vielleicht wird die Belgische, was die Grenzen von den Grenzen verhören. Wenn ich aber weiter, ob so wenig verstehe, dass du mich gegen Treffen, was Zöllen übergeht, dann kann ich das nicht aussehen. Ja, I don't know what he wants to say with that. War das Argument, falls rein Opisch Lerner, weiterkonstellationen misst geholt gehen? Wie? Das ist alles Konditionelle. Misst geholt gehen. Ja, Liam, kann ich noch so weiterkonstellationen geholt misst gehen? Weiterkonstellationen geholt gemisst. Geht wahrscheinlich auch. Wir testen das nicht nur als Residoren, sondern auch nach neuen Residoren, die aber an als Zöle Madal fließen. Haha. Und wir testen auch die Frontier. So we are also testing people around the borders, who work here. Andems. Frit de génial. En. En. Ja, das ist. En faisant autant de tests. by doing so many tests an dem scene so the moment we can go for that little boy are not up they platz can come with the veil to go ah donc les luxembourgeois ils peuvent voyager où ils veulent ah bon they can't travel where they want me don't miss cheater i might uphaken that that is obliged so we must all have to do in different countries they have uphaken schwarzer but that is just for 14 days so on is on list but only for 14 days only for 14 days and the outside minister as if it is that was jeter is in a ver an no comment no comment see that's schwer to übersetzen am english no comment if I could read no comment suivre yeah but that is not arrive to suivre to comprendre yeah satisfaire remplir probably to follow to keep up to get to meet to fulfill to meet yeah where are we going to leave here so if everybody meets his own responsibility if everyone respect their responsibility that is then just just for the fair thing that is so we hope that Luxembourg will rest only 14 days on this list what light and other lenders chance do exist there are a cell for people to bring that the LSAP political erklärt. So, wenn Lützebeuer zu Vancouver ist, dann ist dort ein Cellul, die helft ihm, für ihn zu kommen. Zum Aufschluss wird hiernach betont, dass Lützebeuer Regierungen richtig schwäbier, an das ihr weiter massiv misstestet für die Krise zu bewältigen. Alexander, ich kann ihn noch obligatorisch testen, zu Lützebeuer zu ersetzen, wenn er fort, wenn er fort, fort, das wird noch besser vielleicht. Obligatorisch testen. Ich habe schon mal einen Brief gegründet. I finally got my letter. I'm so scared. Der 6. Juli. La lettre date du 6. Juli, dann das ist rezent. Ich muss mich nur ummelden. I wanna be tested. All night long. All night long. All night long. Oh, nie. Nopischländer. Gäfet kein Lützebeuer. Oh, nie. Nopischländer. Ich weiß nicht richtig, was wir so erleben. Ähm, denn innen sonst ist die Juli als Nationalfeierdach. Ich muss gehen, schreibt Sarah. To come after, to follow her. Also, haja, ist nicht meinungvoll verstehen. Nee. Gehst du testen. Das ist nicht obligatorisch. Ich meine nicht, hä. Ich muss so viel Text, dass... Mein Test, unser Sommer. Ist das, äh... Vom Dr. Sommer-Team. Ich muss so passen, wenn ich eine Adresse stehen bleibe. Ich habe noch ein Schnappemol. Probleme. Und hier steht mein Passwort. Und dann ist es in Französisch. Äh. Ich testate unser Sommer. Und mein Test, unser Verhältnis. Herr und Herr, warum machen wir den Test? Warum? Warum? Soll ich mich töre. Äh. Soll ich dir. So. Äh. Wie ist das, äh? Ich habe schon zwei Bräufe. Ich habe schon zwei Bräufe. Without the neighboring countries, there would be no Luxembourg. There wouldn't be any countries without neighboring countries. Das ist nicht obligatorisch. Okay, oh wow, Katja, merci, schreibt der Leon. Bon, da kommen wir zur Rechai bei Eise-Gries. Die Frontalien kommen an der Rechnung für die PNB zu Lützeburg 4, also ist es normal, dass sie auch an der Corona-Statistiken abtauchen. Schluss, E-Breef, ja. Zum Aufschluss heute noch betont, dass Lütze bei Regierungen richtig wäre, an das sie weiter massiv misstesten für die Krise zu bewältigen. Also sie testen, testen, testen. Durch die Hechtzölle von neuen Infektionen riskiert Lützeburg immer mehr auf Schwarzlichte gesetzt zu gehen. Detremise sur de liste get put on lists. Für Länder, die da keine Leute von hier mehr wollen erhören los sind. Tja, das ist das Resultat. Traurisch, ne? Meh, dir seht nach, du. Los, mich nicht allein. Für eine Samische Schuhe gilt Lützeburg, wenn es eine Infektionszölle als Risikoland an Dänemark, er steht, du hier, ob das Schwarzlicht für Länder, als Dänemark, kein Leid an Landtief. Just Portugal, an der weils Schwede sind, ob diese Lüchte für banned countries. Zu fanden an anderen Landt und Italien an Großbritannien gönnen als Sischer, sogenannten Open Länder. Zu guter Italien an Großbritannien. Gleich geht regelmäßig vom SSI aktualisiert, aber sie hat sich auf den Zoller von den Infizierten. Von den Samenstädchen geht Lützeburg als sogenannte banned country an Dänemark. So, they consider us as a banned country. Ja, Michel, das ist traurisch. Und we used to be the stars of Europe. Luxemburg. The richest country in the world. Der dreischste Land von der Welt. Hallo, sieh mal a banned country. Oder ist er auch, also ist er auch a banned country. Boah, das ist ja traurisch. Machen wir etwas positives. Machen wir kleine Quits, Foto-Quits. Und zwar, hi, der Foto-Quits von Eugenia. Moin, Eugenia. Katja schreibt, ich will sowieso nicht in Dänemark fliegen. Ja, Katja, das Problem ist, wenn Dänemark gut fängt, dann kommen die anderen Länder auch. Da sollen die, ah nee, Lützeburg ja. Arizona aus den neuen, äh, weltweiten Corona-Hotspots, schreibt er ja. Aber da kommen wir gucken, als ich mal die schöne Foto und Dänemark geschickt hat. Und nun mal eure Zifferen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das Römmenorchester, aber, denke ja, sind neue Elemente da dabei. Und da fangen wir an. Also hat schreibt, hi. Am großen Saal von der Philharmonie. Ach, ich mach mich mal was. Äh, die Lesung ist, äh, das ist ein Pult. Ja, das, äh, schenkt mir Chlor. Also, das ist ein Pult, ja. Du möchtest, äh, Noten drauf. Und dann zwei, als Kanzermeisterin. Äh, Meisterin ging in am letzten Böscher so an Mechterin. Kanzermeisterin. Kanzermeisterin. Äh, ja, Eugenia, kannst du uns kurz etwas erklären, über Kanzermeisterin, was ist das? Ja, ja. Äh, Liam schreibt, vielleicht fliehen ich über Dänemark. Wir müssen eine Lesung fangen. Ja, Liam, ich bin sicher, äh, sie überlehen loh, für eine Lesung zu fangen. Für, dass du über Dänemark kannst fliehen. Kanzermeisterin. Als die, äh, hat die irgendeine spezielle Funktion. So, die Bängel an der Hand, hat es auch ein Instrument, vielleicht ein Gäu, ich weiß es nicht, ich gesehn der Teinung. Dann, der Nummer drei, der, das, der Kanna-Käuer. Ja, du sagst ein Kanna. Und lo, könnt ihr, wenn ich klebt, an den, äh, Video-Chat schreiben, war das Nummer vier, war das Nummer fünf, war das Nummer sechs, Nummer sieben, Nummer acht. Andere Manni. Alexander schreibt, äh, vielleicht steht mir, Liam. Ich schätze über die Quits für die Lesung zu fangen. Okay. Da schreibt, Liam. Wir müssen die Lesung fangen. Okay. Für die Quits. Okay, ich habe schon verstanden. Äh, okay, alles okay. Kein Problem. Kleiner Witz. Na ja, da schreibt mir mal eine Lesung. Das ist dann die Nummer vier, an die fünf, an die sechs. Ja, wer will dann etwas schreiben? Kein? Die Foto hat übrigens, äh, dem, Eugenia seine Mom gemacht. Dafür hast du kein Copyright drauf. mehr, was ich ja nicht weiß, ich hätte eigentlich nur schon für Einzelpersonen mich zu freuen. Der, was ich die Foto habe, weiße. Am I allowed to show this picture in here? Mit Bilder sind aber kleinen Cap. Dafür vielleicht mal sein Haus. Viele Männer, die sagen, ja, aber wenn der Teil Kanakawa hat, war das dann der Nummer vier. Kanakawa? Hat das schwerer zu gesehen, weil der Toget, du willst mich raus machen? Ja, ich kann besser mich raus machen. es kann es ja auch richtig auf Letzbüch, ja. Das ist leider nicht mein Test Tee. Nee, das soll mal leider nicht. Das soll mal nicht so. Das ist nicht mein Test Tee. Das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier. Boah, also dann helfen ich nicht. Nein, ich kann nach aus, dann ist der Titel, a Männer ko wo und von das dat dann was könnt da von if sind also nein kehr kann er ko er men er ko er und von er ist dann er fra ko war nach soll schreift ich mängel noch bilder zu klang so Liam fred also können mir konzert meester in schreife durch eine antwort äh 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 er schreift auf deutsch let's boe schreift konzert meester von einem orchester regel der fanger ersatz an streich streich ader weiß von der violon stimmen sie spielt auch zolostellen er vertritt gelegentlich oder sie vertritt den dirigent also sie hat eine ganz wichtige Rolle merci Eugenia boah an der nummer nach der sechs das sind bloß instrumente am gesetz zu streichen ich nicht dass man streichen soll also hier sind bloß instrumente trompette flüt und so weiter sieben wird das sieben das ein bratsch ok an der nummer acht da ging schon nicht für das publikum ja an den ning das ist englisch ja da ist auch englisch an heute fall das ist der genie du wissen wir alle wie der genie aus gesehn jupi frage liam schreift verbindungen sind nicht mit do und gie schüß verbindungen ob kiew einer steht sind nicht mächtig seht ihr wirklich das ist nicht mein bä oder war der witz ja ne das seht ihr wirklich ist nicht mein bä ich kann nicht da doch am LOD beweisen schuld nun dass der da war da steht und dann nach scrollen das gucken ich auch die eine Seite und dann hier das am auditorium vom konservatoire an der Stadt mit dem direkter vom konservatoire dem Herrn Marc Meyers und hier ist die riesen Uhr und hier die geile feil das ist der genie und hier gibt hier gratis konzern und ich sind dann auch ganz gerne der hin gegangen für dem Eugenia und den anderen noten leistern ist schön ganz schön voilà der konservatoire für die young light musik leist merci für muss super schon noch viel gelehrt haut und sie nicht hoffen an der los geht alt geht nicht mehr so ja du du an der los he ist los und he sie nicht voilà Vielen Dank, Eugenia, für den Arbeit, der Karmelit. Heute kreieren wir die neue Regel für die Köhren, um ein Dekonfiniment zu machen. Liam schreibt auch, vielen Dank, Eugenia. Die Eugenia hat gesagt, am fleißigsten auf der Foto zu sehen. Die Eugenia hat gesagt, hast du das fleißigste auf der Foto? She's the most. Heartworking one. Merci, Eugenia. Merci, liebe Sarah. Madi, ich komplimente. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch gerne so etwas schicken. Der Waisenstaat. Das ist immer so, Eugenia. Keine haben sie längst, Männer haben sie und Frauen sind auch. Ist das immer so? Children, Männer, Frauen. Das interessiert mich wirklich. Lösch. Oder das interessiert mich richtig. Ja, dann, äh, was finde ich erst nachscheinsmann bräuchst? Gehen wir ihm zurück auf Vancouver. Say. Äh, tutututututututututu. RTL. Nach, ein Hiobsbotschaft, ein Horrornovell. Am ganze 6. schüler, als sieben Orsenion infiziert. Katastroph. 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 Letzibus geht, äh, blub, 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 blub. Die letzte Woche, noch bei einer Pressekonferenz, an erinnern, den aktuellen Bilanz gezogen. Er hat die Riechen den Bilanz. Von den Infektionen an den Schäulen. Die letzte Woche hat der Minister in seiner Emissionen-Background nach wo 27 Fälle in der Schule geschwäht. Und er hat parli, wenn es hat, kann. Das Menniänjär. Mittlerweile sind am ganzen 6. schüler sieben Orsenion. Ein Jahr Orsenion. Und es hat auch montiert. Die Numbers go up. Die only way is up. Am fundamental gien er drissisch Fälle für Schüler, a feier von Anseignern, die am Coronavirus infiziert sind. 20 von 157 Primärscholen hätten also Fälle a 15 Klasse wären a Quarantäne. Also gien 157 Primärscholen, heutzelette, was, I didn't know. That, I didn't know. That was ich nicht. 157 Primärscholen, so das is for children up to 12 years old. Juska 12 ans. Hätten also Fälle, 20 und 15 Klasse wären a Quarantäne. Am Sekundär sind es drissisch Schüller, die infiziert sind, und noch drei Anseignern. 13 von dem ganzen 37 Lycée sie konzerniert, an 12 Klasse sind a Quarantäne. Also mit 37 Lycée. We have 37 Lycée. Das gehe geschieht Liam Alachsoll, schreibt Eugenia. Ist das fleißigst oder die fleißigst auf der Foto? Ist das fleißigst, weil Eugenia, also weibliche Fähnungen, und weibliche Fähnungen sind sächlich. Oder ist die fleißigst Frau? Ah, der Eugenia schreibt, Merci, Alexandre. Ich kann aber auch euren so ganz liederisch sehen. Denn Liam fragt, wo? Und dann Alexandre schreibt, Eugenia, ich klebe dir nicht. Dativ, ich klebe dir nicht. Vielleicht nicht mehr, wenn du krank warst. Demnum ist, den haben wir auch gesehen, dass 161 von 164 an unserer Schule Covid-frei sind. So nach dem Edukationsminister. 161, Ecole, 144, 100, noch nicht Covid. Just 161 von dem ganzen 90.000 Schüler sind infiziert. 90.000 Schüler! My oh my. 90.000 Schüler! These are not even students. Lycéens. 90.000. Und die gucken all mein Video-Chat hier auf YouTube. Just 27 Klasse sind von enger Quarantäne konzerniert. Dat von insgesamt 6.402 Klasse. Ja, also. Und es müsst ihr wissen, dass sich bis zum Beispiel kein von der positiv getesteten Schüler an der Schule aufgestocht hat. Just an zwei Fällen gehen in dort bestellen. Und es sind nicht alle Kölkis, und sie sind kontaminiert. Die didn't get kontaminiert at school. Wenn sich das gegen anderen, also wenn ihr bis gegen gesehen habt, dass Schüler sich an der Schule ausstechen, dann müsst ihr natürlich darauf reagieren. So, if things get worse, then they have to change. Wie den Tareblatt die Freude schreibt, hat er verschiedene Listensdirektionen den Enseignern gebetet sich um Diskretion zu halten und keine Informationen über Infektionsfälle rauszugehen. Eine Direktion geeft ein Prof. Karimann gönnend informieren. Oh, Tareblatt hat das in der letzten Zeitung und die so den Enseignern wäre gebetet und die haben den Enseignern gebetet die resten diskret to be to don't say anything outside. An einer Direktionen d'autres Direktionen die es rien aufrufen. They don't even tell teachers. Kennst du eine persönliche Person mit dem Corona? Kennst du persönlich eine Person mit dem Corona? Ich hoffe nicht. Ich kenne einen Herr den eine andere Person gesucht hat hinhat der Corona und er wird bald zwei Wochen schon krank gewesen. Das war ein Monat oder so. Aber ich habe nicht gesehen oder gesprochen zu ihm. Aber ich weiß von einer Person die mir me. Do you know that he did it? Did have it? And I said oh, did he have it? yeah. Eugenia, Alexander, du bist auch die fleißigste Schüler am Video Chat mit denen immer super froh. Mit denen froh, die immer supi sind. Supi oder super. Liam, kennst du kennst du eine Person, die Corona hat Liam Michelle, nee, du kennst keinen an der Schiffe von der Sonntag als in Donnerstag zu lesen, dass 19% von der 352 aktiven Infektionen am Land, Kana, Juncker und Junker-Vosner zwischen 0 und 19 Jahren sind, also auf Vernünfte 19% de ceux, die Corona in Luxemburg haben entre 0 und 19 Jahre so, sie sind zwischen 0 und 19 Jahre ihr freut uns also Freitag, der Möte, um 2 Jahre den öffentlichen Debat in der Schammer über Petition 1550, die in Saulus von der Schule bis 30 im September gefunden hat Donc, sie haben eine Debatte über die Petition 1550, die revendiquer eine aber die Petition als zugellos gehen, weil sie direkt 4500 Innerschriften hat mit Petition war zu spät it was too late sie hatte schon Drehouverture von der Schule ich kenne eine ich kenne eine engen Person die war immens krank und am Spidol für 2 Wochen ja, lass auf Liam, ja, ich kenne der Rapport haha, wir sind von demselbst Bam we are from the same tree Bam äh, Liam steht Alexandre, das kann Sinn und voilà und so gesehen, da hat er das am meisten gelehrt es haut äh, zu äh Let's push bin er wo ein gut novell, alle ein gut novell der Felix Bratz das nicht so der Felix Bratz hat ein kleines Video gemacht elef meint nosingem schlimmen Herz infakt il avait fait crise cardiaque so he had a heart attack and 11 months later he's he gave a little life sign so you see he's still very weak il est encore très affaibli na romagans schwar er war der freiere justizminister former justice minister minister of justice bon ein schnappes rausgesicht eier eier leif vorn vom erzbischow vom erzbistum lachschwächer neuerich lefe begriff nissa massen akeia die nouveau nouvelle regle pour des enterments des messes et des koers so new rules for begriffness how do you call that an begriffness begriff begriffness funerals akoa in english it's i never know how to pronounce it koer 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 also neu regle die nouvelle regle ja ajo da eng fort o est kathedraal do wa noch die al regle ne jute fris aus do akena den mask a da do wa für krust da das de krust beemse do wa de welt n ro ai am kada vom allgemeine deconfinement genort regle fed glavens community te me souple gemach on les rend plus souple les regle koer burials jahr as he for sing minister post in rick getrat nach soll weiter auch gemeldet gehen, für Gottesdienst. Eine Pflicht besteht nicht mehr. Danke, ihr habt mehr die Obligation. Ocht maximal 12 und 20 Leute bei einem Begriffnis, und dürften dabei sein, fällt der Wäsch. Oh, 100 Leute dabei sein. Also, da können doch nicht mehr wie 20 Leute bei einem Begriffnis dabei sein. Ihr dürft also nicht Begriffnismassen, ihr dürft also nicht Begriffnismassen und Beisetzungen um Käfisch zu zelebrieren gehen, da hat eine Limitation von der 12 und Familienmämmer, respektiv einer Trauergäste. Donc, ja, die Messe, sans Limitation, du Nombre. Och, Processionen sind in dieser Lage natürlich mit der niedlichen Distanz an Masken-Regeln. Ich vorgehe, die Regeln der Distanz Social Distancing an Elemasken. Wie hat von bis zum Herbst keine Procession aber auch durch eine Maske, zum Beispiel de Bausen an Zandgen. Man kann remplacer eine Procession, eine Procession, par eine Messe an Exterieur, par exemple. Ach, Zandgen. Och, Keia, die Fenness Masse-Sangen, wobei all Zandgen muss ein Zitz platzen. Ah, Chaque Chanteur doit être assis. They have to sit down. Et kelle Natie für Zandgen Masken-Anti-Stanz-Regeln. Ah, les Chanteurs aussi doivent garder les Masks. Mais comment ils vont chanter? How will they sing? Wie singen? Du Sangen. Angelo Grand Junior. Oh, et si tu ne existe pas, dis moi pourquoi j'existerai. Bah, hier kann man die Fenness, das ist ein Anachet. Och, tasse von den Urschle muss in Desinfizier hat gehen. Ah, ja, tasse von der Urschle. Gesangspicher dürfen nicht benutzt gehen. Pas de Livre. Och, Proven von einem Chor sind es menselisch, rehearsals, mehr Repetition, wobei an der Seil müssen die niedere Sitzplätze sind, an den Aufstand von 2 Metern Tisch still muss assuriert sein. Okay, einmal 2 Metern. 2 Metern Distanz. Den Dirigent an Chor Membrer dürfen während den Proven über dem sto Ah, ils ont l'autorisation des debout so they can stand up. Sänger sie gebärden nicht eng am andere riecht und gesiecht zu sangen. So they are how do you say that? Ils sont prêts de ne pas chanter directement dans le visage de l'autre. They are politely asked not to sing directly in the face of the other singer. Yeah. Voilà. Ah, will they think froh? Oh, they have a few geschrieben. Ne, I m'en not, that is free, schreibt Sarah. Choir, ah, yeah, choir. Ah, choir, merci. I will be well. And too genial, schreibt Alexandre, we two are marathon lef as this your marathon ING marathon ne, Michelle trauer guest more nos richtig. Eugenia, oh, der hat so viel geschrieben. Ja, blablabla, schon rezent. Ich habe meinen echten Corona Marathon rezent gepackt, das war schwer an Solo zu laufen. Okay. Es war auch interessant, Gesundheitsminister zu lauschen. Sie hat über Sozialprobleme hier am Land geschwit. Okay, schon risikolant geholt an Bistum, an Schule, aber effektiv können noch Gesundheits minister läustren. Ohne Mundschutz. Aber Antoa dürfen sie sagen. Fleisch. Der Liam schreibt 3D ist ohne K. Passt du okay, Jérôme? Ja, mein Hohr sie ganz kurz, da geht das. Ich schlafe immer allein, da kann ich meinen eigenen Rhythmus tun, ohne mich und den Rhythmus von anderen Leuten zu passen. Sarah schreibt Kang froh, merci. Der Liam schreibt Marathon geht auf gesund. Der Genial schreibt doch, nee, den ING Marathon geht auf gesund. Voilà le Leute, das sind Nouvellen aus Lützeburt, oder Klangenexerist zu machen, die Aktualität war so groß und so wichtig. Ich meine, aber es ist mir wichtig, dass man heute über Corona geschmert hat den Audio 6 ist den Matlaschke gespielt und das sind die Biller Mixer das sind die Biller Mixer wie das sind die viele Biller und die sieht wenn er hier drüber klickt das wird Genial auch das schön groß Genial muss ihn auch mal daran denken dass die Leute vielleicht auf ihrem Handy gucken und dafür dürfen nicht zu klein sein dafür vielleicht nichts kann er daran denken kein zu viel klein Foto zu holen oder der könnte natürlich auch auf ans pläsch gehen und ein schenk foto von ans pläsch aus der stoff oder ein stoff das ist auch ein bisschen groß voilà exercice.lo guckt ihr könnt trainieren wenn es funktioniert kostet nicht brauche es nicht zu mal könnt von molles besoves exercice train lachsol schreibt jero ein eine wunderbare lektion merci lachsol ein bisschen trauerisch trauerisch mein land aus a band country that's the first okay liam fred sind banane choupe krank moment banane choupe voilà liam extra für banane choupe also jero ja den alexander schreibt low it is jero und coiffure vom richard g alexander alexander je n'avais nette portemonnaie vom richard g jero my is ja un coiffure d'un couple with toa with toa veille de richard g ja vielmals merci für alles schreibt sara ganz interessant merci auch eugenia schreibt sara michael join in the club maja also wieviel auch oh das schon 2 minuten um 10 ich so nicht wie immer vielmals merci guckt erst zeiten 0 exerciz.alu grammaire.alu und dann gehen ich erst rendezvous für morgen und ja morgen und um 21 uhr wenn ihr noch ja das normale video chat man denkt es ist kürzer kreizer trätzle spruche spiel und so viele sachen die man nicht gemacht und das woch und schon hören die sind nicht dabei ok ok Das ging mir um acht. Stay home, weil stay home. Nach Letzeboi ist man der Rom. Stay home, weil stay home. Nach Letzeboi ist man der Rom. Kommt auch ein, wenn das Kratis ab.